Couchtag, eigentlich solltet ihr mal Couchtag, das ist echt ein schönes, das ist voll, oder? Das ist super, trotzdem, also wir spielen uns hier in Wolfe, ich hätte fast geschwitzt gerade beim letzten Song, fast, aber noch fast. Und hier haben wir auch da hinten, also Torsten von der Musikreer hätte fast getanzt, fast getanzt, ist aber, er hat es nicht geschafft aufzustehen. Couchtag, ja richtig, aber kein Problem, wir spielen einfach auch noch einen schönen Song, der sich auch zum Tanzen eignet und wir geben die Hoffnung nicht auf. Der Nachmittag ist ja noch lang, wir haben es gar nicht, wie lange wir heute spielen, ich glaube bis zum Schluss. Also das müsste funktionieren. Wenn ihr also Lust habt, jetzt nochmal die Hüften zu schwingen, dann könnt ihr es tun. Wir spielen mal einen Leicht-Tanz-Bahn-Song, auch noch für unsere Tänzer hier drüben, die haben so schön synchron getanzt. Musik von D.N. in der Bayern, so Wanderer!